Was macht ihr so fragt er? Ja, zocken. Wichsen. Da hab ich meine Frau für. Was tut das gut? So, wir haben aber hier auch bei Vorhut. Ach Onkel, Onkel, was liegt bei dir nächstes Wochenende an eigentlich? Sein Anliegen. Bist du auf irgendwelche Familienfeiern oder bist du Wochenende zu Hause? Das weiß ich nicht, aber ich denke nicht. Nö, ich bin zu Hause. Warum? Nö, so. Was sagst du denn vor? Nix. Warum fragst du denn so, ach wegen Dings? Wegen Hangout? Äh, ne, da kann ich nicht nächste Woche. Na doch, Sonntagabend kann ich. Das ist ja wieder Quatsch. So. Hä, warum fragst du, wenn du keine Zeit hast am Samstag oder am Wochenende, warum fragst du dann das ich? Darum. Äh, 14. Ja, welchen wollen wir machen? Wollen wir oben erst den machen und dann... Nö, erst beim Nexus, oder? Also... Ich würd erst mal den Nexus machen, oder? Was für ein Nexus? Unten der, bei der Zitadelle. Äh, wartet mal kurz, was ist denn das hier unten? Ja, lass uns doch erst oben machen und fangen wir oben nach unten an, oder? Was willst du jetzt, Xylus? Guck mal unten rechts bei dir, da, das Emblem, was unten rechts auf dem Planeten, oder von dem Planeten, das siehst du da unten? Mit dem Blitz. Blitz? Das sind die Credits, die letzte Stadt Erde. Das sind nur die Credits, die macht jeder nicht auf. Ach so. Ah, ich... Ach hier. Ja, wir hätten hier aber auch noch ein paar Strakes, ne? Der Vorhut. Der Vorhut? Wo ist der Vorhut? Ja. Aber wir machen erst mal die Venus. Wir machen jetzt die Venus und... Ja, Vorhut muss ich mit meinem anderen Charakter Ona machen, dann lass uns lieber Venus machen, dass ich dann den anderen Charakter eigentlich dazuholen kann. Genau, Wintersturm, Schalacken, Schlacken, würd ich sagen, Schalacken. Da hättest du auch Rüstungs-Upgrade und so. Schalacken, Alter. Huh, Schakalacka. Alter, das ist so ein lustiger Stream, so gefällt mir nicht. Wir machen jetzt auch ein bisschen... Die Schalacken. Ich muss pissen. Die Sch... Ne, ich will hier spielen. Die Sch-Sch-Sch-Schalacken. Noch keinen, außer... Aber mein Controller hieb sowieso bald aus, oder? Wie weit bin ich denn? Och, ich habe schon kein Balken mehr. Ich geh mal pissen. Wenn's warm am Beeren runterläuft, dann wirst du, dass du nicht getroffen hast. Kein ... Was zocken und wichsen gleichzeitig? Schreibt er. Ja, der Controller vibriert beim Schießen. Ja, Oli Gandit, der spielt ja mit seiner Zunge. Und mit dem Bart. Bart und Zunge. Genau, genau. Achso, da brauche ich keine Zwehände, das ist ja Quatsch. So, toll. Jetzt kann ich aber ganz kurz hier mal kurz, ganz kurz mal schnell gucken, wie weit mein Controller hier... Fuh Deibel bist du hässlich. Was sehe ich denn meinen Controller? Alter, ich will wissen, wie viel... Du musst so lange gedrückt halten, den Playstation knapp. Ne. Au, der ist leer. Ich könnte mal... Ich könnte ja mal kurz hier mal... Ist nicht leider so wie bei der PS3, wo du eben aufdrückst. Ja, eben. Da musst du dann in diese Scheiß Menü reinigen. So, da bin ich ja. Ich habe mal aus der Ladestation gleich noch meinen anderen Controller geholt, weil der hier bestimmt bald aussehen wird. Ja, das habe ich auch gerade gemerkt. Ja, das ist dann hier. Hier drüben ist ein Geist übrigens drin, Onkel. Wo? Warte, ich muss das da hin. Das hast du mit dem Charakter auch noch nicht gehabt haben. Der ist egal, den hast du eingesammelt. Ach ja, der wird ja übernommen, stimmt ja. Hier auf dem Hügel, hier drauf ist ein Geist. Hügel. Hügel. Hügelgeist. Hügel. Hügel, juhu. Ich habe einen Hügel gefunden. So. Ach, hier sind ja Gegner. Cool. Okay, hier sind Gegner. Oh, hier kommt gleich ein Dings an, Onkel. Du musst aufpassen. Was ist ein Dings? Ein Captain. Also, ja, Moment. Wir sind das. Venus. Venus. Komm schon völlig durcheinander mit dem Planeten. Auf der Venus brauchen wir noch so ein paar Stücken. Bruch. Ja, ja, ja. Wie kommt dabei hier? Ja, muss ich auch noch. Und bei der Venus brauche ich noch diese 6. Alter, ich habe nicht so. Alter, warte doch mal. Ja, bestimmt bei mir auf Normalspielen und nicht hier auf Ultra-Dings da. Aber es gibt keine Schwierigkeitsgrad bei Strikes. Das wiederhole ich jetzt zum zigtausendsten. Nein, gibt es nicht. Wenn du Level 20 erreicht hast, kannst du den schwerer stellen. Ich habe aber dann noch kein Level 20. Ja, aber die, mit denen wir gezockt haben, haben Level 20. Und deswegen haben wir das schon auf Level 24 und so gezockt. Ja, die Strikes wären einfach nur stärker, wenn du, oder die Strikes haben gewisses Level. Und wenn du dann höher bist, kannst du den höher stellen. Aber es mich mal interessiert, ob das dann später mit DLCs oder so dann noch ein paar Level nachdenken. Das interessiert uns ja auch. Ich hoffe mal, dass die mal einen neuen Charakter irgendwie machen. Wäre natürlich geil. Hä? Was willst du mit deinem Charakter? Ja, so einen anderen Charakter halt noch. Warum? Ja. Bist du da wieder, wenn dann das dritte DLC raus ist, willst du da wieder von vorne anfangen? Klar. Okay. Ich denke. Alter. Ich darf schützen da oben. Wieder gefallen. Lass mich liegen. Ich habe den Typen vor mir nicht gesehen. Ich lasse dich doch nicht einfach liegen. Danke dir. Ich hoffe, es haben wir jetzt alle mal durch. Ich lasse mich wieder raus. Ah, jo. Onkel, komm mal mit. Ach so, ne, war das hier? Warte mal, muss ich mir überlegen. Hier warten wir nicht. Kommt erst später. Ich muss erst mal nur gucken, wo wir lang müssen. Ah, hier. Alter, diese scheiß Granaten von Seines. Richtig geil, Alter. Hier oben ist eine Kiste. Ja, da musst du vorsichtig. Da müssen wir erst mal hochgehen. Da müssen wir erst mal hier hochgehen. Hier hoch. Ja, ist ja in Ordnung. Ach so, falsche Richtung. Gut, 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 gut. Ich habe mich verlofen. Ich bin wieder zum Anfang. Och nee, Udin. Ich bin doch hier wieder so hoch. Was sind denn mit dir los? Ist die alle so undurchsichtig hier? Ja, wenn die sind undurchsichtig, ist richtig. Und hier rüberspringen. So, jetzt muss ich hier hoch. Kann man ja nicht auf der Lampe laufen? Ja, wenn man es schafft. Nee, warte, hier, komm. Ich bin zu hoch. Ja, stopp. Ach ja, ich kann ja jetzt dreimal springen. Ühü. Ach so, kann ich nicht stehen. Ah, jetzt habe ich die Kiste geöffnet. Wo ist die? Nee, hier hoch. Lebt er einfach schon. Ich sehe so ja noch. Ja, die ist aber auch gleich weg. Wo die kommt, hier, dann. Wo dann, dann? Ach, ja, hier, dann. Das sehe ich nicht direkt. So, ja, die normalen. Die ist ja immer wieder. Nein, ich schaffe es nicht darüber, Alter. Du musst auf der Lampe laufen. Ach. Ungewebter stehen, wo die Kiste ist. Dass sie nicht verschwindet. Ich bin schon lange wieder hier drüben. Ich sehe sie noch, die Kiste. Die offene. Du musst aus den Augen verlieren. We? Die ist da drüben. Du musst nicht langlaufen? Auf der Lampe lang. Du kannst doch laufen. Guck mal hier, Slay. Slay, komm hier, Herr Lang. Da heißt Seilers nicht. Seilers. Hier hinter Onkel durch. Hä? Hier rum. Du kannst doch auf der Lampe laufen hier. Ich bin drauf. Wo ist das so nah an dir offen? Bei mir ist offen. Oh, blaues Rüstungsteil. Oh, blaues Rüstungsteil. Wieso kriegt ihr hier blaue Rüstungsteile? Ach, ich habe auch blaues Rüstung. Das bringt mir auch. Sie sind auch die Arme, die ich gebrauchen kann. Das ist doch schlecht, das Rüstungsteil. Der hat aber noch kein Licht. Seit 69 bis 75. Na, ist doch schmachsinnig. Das ist scheißegal. Später Rüstung ist scheißegal, Onkel. Hauptsache, du kannst, ist blau und du kannst Licht draufpacken. Ja, da ist ja kein Licht drauf. Würdest du ja dann sehen. Aber ich glaube, du sammelst hier gar nicht diese Bimmsteine. Ja, nein. Wir machen muss es für die Beutezüge. Die weiß? Wir müssen noch hier die Beute zu Bimmsteinen. und wir müssen noch ein bisschen wie in Ovidi halten. Ach, die ja. Ach, die. Ja, geht ja schlecht. Kriegen ja keine Gegner ab. Ist ja hier schon wieder los. Ah ja. Okay, das war jetzt schon. Nimm du nicht, Jörg. Er ist weg. Ach ja. Ich glaube, die Steine haben bloß die großen, ne? Boah, der hat Schützschild. Ja. Wie eine Munition, ne? Oh, N-Gramm. Boah, hier sind, hier sind Käpt'n. Hab ich dir gesagt. Ja, den hab ich nicht mitgekriegt. Da war ein anderer auch mit Schützschild. Wo denn? Ich seh ja nichts. Ach, es ist wieder seidenverkehrt, mein Ton. Ich hab mir die Kopfhörer abgehabt, klar. Alter, da hängt nur was tot. Ich komme. Ich komme von oben mit den Schafschützen. Hier wäre es mal endlich illuminiert. Wir müssen da durch. Ich seh mir das mal an. Oh, da löschtet er blau. Da haben wir noch grad Ugel viele. Dann lass das ein Gramm sein. Nein, super. War doch grad Überschüsse, welche komischen Leuchten denn Dinger. Die Sammel zu hier ein. Das ist für den Super. Na, ich weiß, die suchen schon grad. Bist du jetzt gesammelt? Hallo, hallo. Gib mir ein bisschen Zeit, du da. So. Um drin, um drin, um drin. 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 Bist du dir. Bist du dir. Boah. O.M. nicht mehr ich muss gerade wieder kurz vor musste ich wieder nachladen ich könnte katzen ich habe trofe schießen schossen die ganze zeit truppe schießen schiffen meine fresse ich will das verficktes messer werfen ok jetzt noch was was ist denn hier los so level up so mein so wo alter ich bin's doof oder gerade ich lebe nicht mehr kurz vor dem sterben ich bin auch tot ja also ja ich komme da schon weil da oben waren die scharfschützen drei stück was ein onkel ich schlieg ja niemand zu onkel ich mach mal die scharfschützen nach wir aus bayern kommen fragt er sie gehen wir nach bayern überall wo ich hin rennen da sagen sie zuerst du bist ein bayer die kommen nicht drauf dass ich aus dem ersten kommen das ist der thüringer schattet hat das ist ja in der nähe von bayern an da hat man verpöpscht du mein kürzifix kürzien nes hier morgen kommt aus thüringen slave ist ein bayerino und ich wohnen in brandenburg in einem kleinen ort nicht weit von zwei also unter berlin das kann doch nicht wahr sein die verpöpscht die stühle kai ich hab zur und kann ja ein von einsetzen auch hier unten so spät ich hab ne höhle gefunden Was ist denn die Höhle von? Mit nix drin. Ich finde immer Höhlen, wo nix drin ist. Ne, ist nicht. Alter, jetzt dachte ich, die Wand ist ein Gegner. Weil die so lila geleuchtet hat. Ich bleib mal lieber weg von dem Teil. Okay, ist los, wir sollten los. Okay. Ah, der Einsammeln noch vorher. So, und mein Level-Update machen erst mal. 19. Level-Update. Ah, hier ein grünes Teil, ein grünes Ding. Ein Buben. Guck, guck. Der ist für den Fokus, verbessert schweben, für erhöhte Richtungskontrolle in der Luft. Was? Ich gucke auch mal ganz kurz nach, was ich so schönes habe. Ah, Moskitos. Ich lasse mal das Rüstungsteil einfach mal noch drin und das Blaue, aber damit ausrüsten, tue ich mich mal die Wand halt. Das ist nämlich schlecht. Na, bei dem Blauen hast du halt noch Attribute mit dazu, die stehen da drunter. Ja, irgendwo ist der wieder hier. Ja, irgendwas mit drücken. Dann kannst du genauer sehen. Brauchst du nicht, brauchst du nur ja zwei drücken, wenn du auf einem anderen Ding drauf bist. Auf einem anderen Rüstungsteil. Du kannst ihre Moskitos ausleihen dürfen. Kannst ja vergleichen. Hä, warum nehmt ihr euch nicht so ein Moskito? Ich hab ein Moskito. Oh, ich bin doch gar nicht da, wo ihr seid. Ihr seid ja schon wieder sonstwo. Ja, ich bin hier irgendwo hinter euch noch. Weifer bürbscht! Ich bin tot. Katatatang. Ja, im Spiel bin ich da. Also mein richtiger Name ist Daniel, aber alle sagen Odin. Selbst hier in meinem Ort sagen sie schon alle Odin. Ist nicht nur Gaming-Name, Gamer-Name ist der Spitzname. Links ist, glaube ich, ne Höhle. Ja, siehst du, nicht richtig. Nee, siehst du, keine Höhle. Aua. Was tut denn? Du, hier hinten, wenn du nochmal zurückgehst, ist das dann... Nee, komm, vergiss es. Liege. Ach du Scheiße, die ist jetzt... Wir fallen ist ja auch noch, klasse. Wer ist eigentlich dieser Odin? Ich. Könntest du mich mal retten, mich? Ich bin gerade zu... Ich bin gerade zu... Vielen Dank.